Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag auf meinem Kanal. Und heute ein Faktenvideo über den Fuchsbau, ein Faktenvideo, was sich sehr häufig von euch gewünscht wurde und dem werde ich jetzt nachkommen. Sollte es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben dalassen, darüber würde ich mich tierisch freuen, aber jetzt ohne lange weiter zu quatschen, würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß dabei! Fakt Nummer 1 Bei dem Fuchsbau handelt es sich nicht, wie der Name vermuten lässt, um den Bau eines Fuchses, sondern um das Wohnhaus der großen Weasley-Familie. Dieses befindet sich in Ottery St. Catchpole im Ort Devon in Westengland. Fakt Nummer 2 An der Stelle, wo der Fuchsbau stand, stand einst ein kleines Tudor-Gebäude mit einem großen Steinschweinchen an der Seite. Der Tudor-Stil oder auch Tudor-Gotik genannt, wird in der englischen Baukunst als die letzte Periode des gotischen Stils im Übergang zur Renaissance während der Herrschaft des Hauses Tudor bezeichnet. Fakt Nummer 3 Nach der Hochzeit von Molly und Arthur Weasley ließen sich die beiden in dem kleinen Häuschen nieder. Als dann jedoch die ersten Kinder hinzukamen, begannen die beiden das Haus, um zusätzliche Stockwerke zu erweitern. In den 1990er Jahren hatte das Haus bereits fünf Stockwerke und vier oder fünf Schornsteine auf dem Dach. Diese Konstruktion war nur möglich, da es durch Magie gehalten und gestützt wurde. Fakt Nummer 4 Die Weasleys bewohnen den Fuchsbau seit 1970, seitdem dient dieses als Zuhause für alle neun Weasleys. Und obwohl sie eher arm waren, schämten sie sich nicht für ihr Zuhause, da es zwar günstig, aber auch sehr gemütlich eingerichtet wurde. Man empfand stets eine angenehme und entspannte Atmosphäre. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5 Der Fuchsbau befindet sich in direkter Nachbarschaft zu den Love Goods und zu den Fawcets. Fakt Nummer 6 Vor dem Fuchsbau befindet sich ein kleiner Hof mit einer Garage und einem Hühnerstall. Ein Schild ganz vorne im Boden macht klar, dass man sich hier vorm Fuchsbau befindet. Hinter dem Haus befand sich ein Garten mit einem Steinhaus, welches die Weasleys als Besenschuppen verwendeten. Außerdem befand sich im Garten noch ein großer, bewachsener Teich voller Frösche. Darüber hinaus erwies sich der Garten auch als super Zuhause für Gnomen, welche die Weasleys regelmäßig vertreiben mussten. Fakt Nummer 7 Die Zimmer der einzelnen Weasleys waren wie folgt aufgeteilt. Ginny's Zimmer befand sich ganz unten im Haus. Die Zimmer von Fred, George und Percy befanden sich im zweiten Stockwerk. Bill und Charlies Zimmer befanden sich im dritten Stockwerk. Arthur und Mollies Zimmer im vierten und Ron war ganz alleine im fünften Stockwerk. Vermutlich, weil ihn niemand mag. Fakt Nummer 8 Über Rons Zimmer befand sich noch ein Dachboden, welcher über eine kleine Luke in Rons Zimmer erreicht werden konnte. Auf diesem Dachboden hauste ein Ghoul, der das dunkle und muffige Zimmer sehr schätzte. Fakt Nummer 9 Im Film Harry Potter und der Halblutprinz gibt es eine Szene, wo Todesser den Fuchsbau zerstören. Diese Szene wurde jedoch frei erfunden und kam in den Harry Potter Büchern nicht vor und ist somit streng genommen nicht Kanon. Fakt Nummer 10 Im zweiten Teil von Harry Potter wurde der Fuchsbau für den Film in der Nähe von Gracewood am Rande des Dorfes West Hampstead, Herfordshire, errichtet. Lustigerweise befindet sich Rupert Grint's Haus nur vier Kilometer Luftlinie davon entfernt. Rupert Grint ist, by the way, der Schauspieler von Ron Weasley. Fakt Nummer 11 Die Setdesigner brauchten 24 Wochen, um ein Modell des Fuchsbaus für Harry Potter und den Halblutprinzen zu bauen und es dauerte sechs Minuten, um es niederzubrennen. Fakt Nummer 12 Erstmals wird der Fuchsbau im zweiten Teil von Harry Potter gezeigt. Damals bestand die umgebende Landschaft noch aus flacher Ebene, einem See und einem Weizenfeld. In Teil 6 sah es dann jedoch so aus, als stände der Fuchsbau mitten in einem Moor. Ja, das war mein Faktenvideo über den Fuchsbau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, darüber würde ich mich tierisch freuen. Ansonsten, wenn noch etwas Zeit übrig ist, checkt auch gerne mal die anderen beiden Videos ab, die ich euch hier verlinkt habe. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute!